Hallo und willkommen zurück, mein Name ist Foriander und ich spiele Minecraft mit ganz vielen Mods. Project Red war tatsächlich die richtige Wahl, was das Sortieren von ganz vielen verschiedenen und ganz vielen verschiedenen Hergestellten, auf unterschiedliche Art Hergestellten, das klingt besser. Verzauberten Büchern ist, ich habe hier ein kleines mehrere Kinken, die ich zu umschiffen hatte, mehrere Klippen, da gibt es zum einen das Problem, dass Project Red zwar ohne Probleme mit so einer Routed Interface-Pipe in ein Filing-Kabinett Bücher reinstopfen kann, es kann sie aber nicht rausholen. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann irgendwann mal einfach gedacht habe, okay, ich weiß, dass Diamond Chests funktionieren, ich pumpe einfach hier aus dem Filing-Kabinett, was hier mal stand, die Bücher einfach mit einem Thermal Foundation Item Dakt rüber in den Diamond Chest und dann lasse ich es von da weiter sortieren und dann funktioniert das auch. Hier ist einfach nur ein Item Extractor drin und hier sind die Bücher, die im Moment noch nicht in meiner Sortieranlage sind. Da sind natürlich ein paar drin, wo verschiedene Verzauberungen drin sind, die muss ich nochmal durch den Disenchanter stecken. Da kommen wir dann noch zu. Hier sind dann noch so ein paar Fire Protection, das braucht man so gut wie nie. Aber, naja, sortieren wir hier auch weg. Und Feather Falling, das haben wir hier schon drin, aber Feather Falling 3 auf diese Art, wie dieses Buch hergestellt ist, das haben wir hier noch nicht drin. Und dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Feather Falling habe ich hier drüben irgendwo, dachte ich. Das sind erstmal nur provisorische Schilder, damit ich mich orientieren kann. Das ist das dritte von der Wand und unten. Und dann gehen wir hier hinten hin, da gibt es ganz viele Rohrleitungen. Das dritte von der Wand und unten. Da steckt ein Item Responder drin. Und da ist ein Whitelist Filter, der Metadata ignoriert, aber NBT checkt. Hier ist Feather Falling 2, 4 und 1. Das haben wir hier schon. Feather Falling 3 war noch nicht drin. Dann stecken wir den da wieder rein und eventuell ist da hinten noch ein Buch drin, was er jetzt rausholt. Anscheinend nicht. Dann stecken wir dieses eine hier mal eben schnell rein und schwupp, da macht es sich auf die Reise und landet dann irgendwann hier drin. Ich habe in einigen hier nur eine Sorte drin. Smite zum Beispiel und Power und Protection. Das sind Power und Protection. Protection geht bis 4, Power bis 5. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, zu diesen Büchern zu kommen. Dementsprechend viele Bücher sind da hinten oder hier Unbreaking. Das geht nur bis 3, aber wenn ich den hier mal aufmache. Ja, der hier ist es. Das ist der Unbreaking Filter. Dann haben wir hier schon mal 3 verschiedene Unbreaking, 3 Bücher drin, damit die auch alle wegsortiert werden. Und da gibt es dann andere Sachen. Aqua Affinity, da gibt es nur eine Stufe von. Das hat dann in der Regel auch nur eine Herkunftsart. Das heißt, da ist nur ein Buch im Filter. Und dann habe ich die hier, weil das Rauspumpen hier natürlich zufällig war, sind die hier in mehr oder weniger zufälliger Reihenfolge. Aber ich denke, die werde ich beibehalten. Dann muss man ein bisschen durch die Regale gehen und ein bisschen stöbern. Und ja, das werde ich jetzt für die letzten paar, die ich hier noch drin habe, Multishot. Und gut, die muss ich hier aufdröseln in die einzelnen Bücher, in die Kapitel sozusagen. Fire Protection und so weiter. Das werde ich jetzt hier eben noch wegsortieren. Und dann, wenn ich damit fertig bin, dann machen wir an dieser Stelle weiter mit einem anderen spannenden Thema. Die Bücher sind jetzt soweit wegsortiert. Jedes Büchlein hat seinen Platz. Jedenfalls die, die ich jetzt hier als Vorlage zum Sortieren habe. Ich habe mir auch mal die Beschilderung ein bisschen größer gemacht. Es ist, glaube ich, angenehmer, wenn man das, auch praktischer, wenn man das von einem bisschen weiter weg sehen kann. Ich habe hier diese Microblocks. Da habe ich mir gedacht, da mache ich mit normalem Oakwood so einen Akzent in den Ecken. Das ist da nicht ganz so düster da drin. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Ich habe jetzt hier, da ist mein Eingangs-Chess. Den kann ich beliebig verschieben eigentlich. Den muss ich ja nur an dieses Röhrennetzwerk ankoppeln. Und da drin habe ich jetzt noch hier die mehrfach verzauberten Bücher. Das ist eigentlich das, worum ich mich jetzt als erstes kümmern will. Ich habe hier diese Treppe. Die ist aber nicht zwingend notwendig. Hier geht es runter und da kommt man dann gleich in den Bahnhof, was ja irgendwie eigentlich auch ganz nett ist. Den verschiebe ich auch nicht. Die waren aufwendig zu bauen. Das heißt, naja, mit den Bildern geht es aber. Der bleibt da stehen. Das heißt, diese Treppe, die kann zwar sich noch ein paar Blöcke verschieben. Wobei hier raus nicht mehr so weit. Denn da in der Übersichtskarte könnt ihr es sehen, da kommt der Ozean. Und dann haben wir hier Wassereinbruch, was auch nicht so. Obwohl jetzt mit den ganzen Fischen und so weiter könnte ich hier eigentlich auch ein bisschen Glas machen. Dann kann man sich die von unten angucken. Okay, das schieben wir mal auf die vielleicht mal irgendwann Liste. Was ich jetzt hier auf jeden Fall haben möchte, ist so eine Art Durchgang von hier. Und da ist eigentlich zwischen dem Bildkraftlaser und dem Verzauberstand da hinten, der jetzt aber wahrscheinlich ja woanders hinkommt, eine ganz gute Position. Ich habe hier schon mal ein bisschen Sprucewood hingestellt. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen was hin. Und dann wäre das quasi ein Eingang. Das heißt, ich könnte dann hier auf dieser Seite irgendwo meine Aufbereitung machen für die zu entzaubernden Bücher. Und da brauche ich auf jeden Fall einen Vorrat. Eigentlich müssten wir das dann auch hier mit den Microblocks einen reinziehen. So zum Beispiel. Und dann kommt das hier daneben. Das heißt, der hier. Wie rum baue ich das auf? Ich möchte, und dann nehmen wir uns mal einen anderen Chest. Nicht immer diese Diamanten nennen und Eisernen. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit Bronze? Nein, Kupfer. Kupfer ist es, nicht Bronze. Und den machen wir hier hin. Das soll quasi mein Rückgabe. Der Kupfer-Chest passt eigentlich ganz gut dazu, oder? Da soll die Rückgabe hin. Und von da aus, beziehungsweise die, die könnte ich dann hier nebeneinander, so drei oder vier Sachen hätte ich dann. Stellen wir den mal da hin. Von hier pumpe ich dann die Bücher, die verzaubernden, da rein. Und die können dann, die könnte ich hier eigentlich zur Not auch in den Boden legen. Da gehen ja Condries ohne Probleme rein. Dann verzauber ich die einzelnen verzaubernden, dann transportiere ich die einzelnen verzaubernden Bücher darüber. Und dann ist der Teil eigentlich abgehakt. So machen wir das. Das ist eine gute Idee. Okay, ich brauche meine End-Io-Condries. Die sind hier drin. Und einen von den Tesserakten werden wir auch brauchen. Den stellen wir einfach mal hier hin. Hier in der Ecke wird ja wahrscheinlich alles auflaufen, was Energie braucht. Items und Fluids machen wir aus. Energy Mode Receive. Und hol dir das mal ruhig aus dem Void. Da kommt eine Menge zusammen. Und dann brauchen wir Item Condries. Und dann brauchen wir Filter. Und dann brauchen wir Energy Condries. So. Da machen wir schon mal so. Und hier wollen wir so machen. Der verbindet natürlich zu dem Tesserakt, was wir überhaupt nicht brauchen. Na gut, dann machen wir es so. Ich dachte, ich kann einfach ein paar Mal mit der Ranch draufhauen. Ich habe den Boden auch ausgetauscht gegen Marmor. Das ist, glaube ich, ganz passend dafür. Dann wollen wir hier ein Insert haben. Und hier wollen wir ein Extrakt haben mit einem Filter. Und dem Filter sagen wir jetzt, du ziehst bitte verzauberte Bücher. Und die haben alle die Item ID 403. Das heißt, Metadata ignorieren wir und NBT Data ignorieren wir. Wir wollen jetzt tatsächlich nur die Item ID betrachten. Und da ist es egal, was da sonst drin steht. Das müsste also ohne Probleme. Das hier hat Thorns 2 und Fire Protection 3. Da nehmen wir jetzt mal ein ganz anderes Buch. Und stecken das da rein. Und das müsste theoretisch dann hier drin landen. Oder auch nicht. Ha. Okay. Kannst nicht. Wenn ich den nicht einschalte. So. Nein. Nicht never active. Always active. So. Jetzt müsste das hier. Genau. Verschwunden sein. Und ist dann hier drin. Und wartet drauf, dass der hier Energie hat. Die habe ich schon angeschlossen. Wartet drauf, dass der hier das kriegt, was wir dringend dafür brauchen. Und deswegen habe ich mir hier den genommen. Und ich glaube, das fängt hier schwer an zu ruckeln. Ich glaube, ich spiele schon wieder so lange Minecraft, dass mein Client einen kleinen Neustart haben möchte. Da kommen wir gleich zu. Ich will erst mal das Prinzip zeigen. Den packen wir hier hin. Nein, das ist eigentlich blöd. Da ist der. Hm. Hm. Okay, zum Testen machen wir es trotzdem nochmal. Dann zeigt er eben kurz nach oben. Dann kriege ich da unten noch den. Den kriege ich noch auf. Gut. Das ist in Ordnung so. Ähm. Da nehme ich ein Jabber Barrel, weil das zu dem Spruce Wood ganz gut passt. Und ich will jetzt hier das auch kommen. So. Einmal so. Und einmal so. Genau so möchte ich das haben. Da kommen unsere Bücher rein, die das Ausgangsmaterial oder vielmehr das zu beschreibende Material von unserem. Ah. So. Von unserem Disenchanter hier ist. Ist. Und da können wir eigentlich, da sind ja sowieso, ist ja sowieso nie was anderes als Bücher drin. Den können wir eigentlich auch auf Always Active machen. Und dann müsste der hier problemlos, wenn ich mir mal ein paar aus dem IE System hole. Ah ja. Genau eins haben wir hier drin. Dann mach doch mal. Ah. Ich weiß nicht. 300. Mach mal 300. Sollten wir ja genügend Material dafür haben. So. Fertig. Noch nicht ganz fertig. Jetzt fertig. Gut. Dann können wir das erstmal bestücken. Ich setze dieses Jabber Barrel dahin, weil ich dann sehe, warum pumpst du da gerade? Ah ja. Hier geht ein ganzer Stack rein. Gut. Und der Autodesenchanter weiß auch, was er wohin zu stecken hat. Und dann funktioniert das auch. Ich denke gerade über das Repeat nach. Also nochmal einen Schritt zurück. Ich nehme hier, ich will hier das Jabber Barrel haben, damit ich sehen kann, ob der noch Vorrat hat. Das hier hinten mit den Rohrleitungen und so soll eigentlich alles verkleidet werden. Das soll alles verschwinden. Hinterwände. Das heißt, hier habe ich dann eine Stelle. In diesem Kupfer-Chest kann ich meine mehrfach verzauberten Bücher reinlegen. Und mithilfe dieser Bücher werden die dann entzaubert. Und von hier aus dann, da unten ist nur Energie drin. Gut. Der kriegt also schon mal seinen Eingang. Das Repeat muss auf Yes stehen. Denn ich habe hier, sowas hier zum Beispiel, würde er ohne Probleme in zwei Bücher aufteilen. Ohne Repeat. Repeat heißt, dass er das, wenn ich hier was reinlege, wandert das ja. Hier oben ist der Eingang, wandert dann hier in die Mitte, da wird es verarbeitet. Und wenn es fertig ist, wandert es hier nach unten. Und wenn Repeat auf No steht, dann wird nur eine Verzauberung rausgezogen und dann ist das fertig. Das ist okay bei so einem Buch wie diesem, wo zwei Verzauberungen drin sind. Aber bei einem Buch wie, habe ich so eins da. Wie diesem, da sind drei drin. Das ist ein Problem. Und deswegen, ich habe gerade überlegt, wie ich das mit diesem Chest mache. Aber ich werde hier einfach ein Item Conduit tatsächlich unten durchziehen. Deswegen stellen wir das hier auf Yes. Das heißt, die Verzauberungen werden so lange aus den Büchern gezogen, bis hier unten auch ein Buch drin ist. Wir stecken mal, wir stecken hier mal so ein paar rein. Dann kann der schon mal anfangen damit. Und dann haben wir hier eine Situation vorliegen, die uns zwingt, damit weiterzumachen, was ich hier gerade aufbaue. Das heißt, die zwingt uns, dass wir dann hier direkt die Verarbeitung weiterbauen. Und den hier, da nehmen wir mal hier die Leitung ab. So, habe ich überhaupt noch Platz im Jetzt. Leuchtet er hier rot. Da sind jetzt ein Haufen Bücher drin. Der nehmen wir den Dolly. So, schwupp. Äh, rechtsklick. Und dann stellen wir den, äh, stellen wir ihn zum Beispiel da hin. Dann nehmen wir den einen Block da drunter weg. So, dann kommt da die Routed Interface Pipe wieder drauf. Einmal so. Und die kriegt ihren Item Extractor Chip wieder. So, haben wir auch noch ein paar Rohrleitungen gespart. Die können wir gleich zurückpacken. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und überhaupt, ich brauche gerade das hier und das hier und das hier nicht mehr. Und den Zauberstab eigentlich auch nicht. Damit habe ich den Fußboden ausgetauscht. Habe ich den? Ja, den habe ich da reingetan. Sonst wäre er mir gerade aus der Hand gefallen. So. Und dann machen wir hier einmal da und da noch mehr von diesen Item Condries. Die können wir nämlich schön hier im Boden mit, äh, den Fassaden verstecken. Heißen die Fassaden? Conviefassads? So heißen die, glaube ich. Einmal von hier unten. Du sollst ein Insert werden. Und auf dieser Seite, da wollen wir dahin keine Verbindung haben. Und hier, jetzt habe ich natürlich keins zur Verfügung. Da sollen nur verzauberte Bücher rausgeholt werden. Hm, das machen wir anders. Das machen wir anders. Hier sagen wir dem, da in dem Insert, da kommt ein Itemfilter und dem geben wir ein verzaubertes Buch. Und da sagen wir ihm auch, Metadata und NBT ist uns egal. Wir wollen nur sicherstellen, dass hier definitiv nur verzauberte Bücher reingehen. Und dann gucken wir mal rein in unseren Autodesenchanter. Da ist jetzt hier ein verzaubertes Buch und das blockiert, dass hier das Buch weiter entzaubert wird. Das muss hier also erstmal raus. Und dafür stellen wir den einfach mal auf Always Active. Und dann müsste das Buch hier verschwinden. Das tut's auch. Und dann, wenn der dann gleich ein Stück weiter ist. Ist noch nicht hier angekommen. Ah, das ist wahrscheinlich gleich direkt wegsortiert worden. Genau das soll es ja tun. Das ist dann hier durch mein Rohrleitungssystem gleich verschwunden. Genau so weit. Da ist es. Ha, funktioniert. Und jetzt haben wir nämlich das nächste Problem. Hier ist ein entzaubertes Buch, was hier unten drin liegt. Und das ist im Weg. Das blockiert, dass hier weitergearbeitet wird. Deswegen machen wir hier oben. Denn den machen wir nicht auf Extrakt, sondern auf In-and-Out. So. Und. Ah, nein. Da wollte ich nicht hin. Der Extrakt-Modus. Ah, ja, okay. Der ist egal. Hier sind eh nur Bücher drin. Und der Insert-Modus, der kann eigentlich auch nur Bücher annehmen. Von daher ist das eigentlich. Machen wir es trotzdem mal so, dass wir dem Insert hier eine andere Farbe geben. Und dann holen wir hier über Braun. So. Und auch ein. Ich nehme überall die Advanced-Filter. Die müssen hier eigentlich gar nicht hin. Das würde auch mit Einfachen gehen. Aber da sagen wir ihm, dass er hier nur normale Bücher rausholen soll. Und Meta und NBT kannst du von mir aus weitermachen. Und dann müsste er hier unten genau das entzauberte Buch, in dem nichts mehr drinsteht, rausziehen und direkt wieder in das Barrel packen. Das bedeutet natürlich, dass ich bei allen Büchern, die zwei Verzauberungen haben, im Prinzip einen überflüssigen Durchgang habe. Aber ich habe keine gute Möglichkeit gefunden, denn wie ich... Da fällt mir gerade was ein. Ich habe bis jetzt keine gute Möglichkeit gefunden, wie ich, ohne auf Computer Craft oder so zurückzugreifen, rausfinden kann, ob ein Buch mehr als eine Verzauberung hat. Aber so stelle ich sicher, dass alles, was ich an Büchern hier reinstecke, auf jeden Fall entzaubert wird. Und die fertigen, eine Verzauberung enthaltenen Bücher dann hier in mein Sortiersystem kommen. Und dann muss ich irgendwann mal hier reingucken und schauen. Hm, ich könnte den eigentlich auch... Vielleicht baue ich den doch hier hin, dass man den sehen kann von dieser Seite. Dann kann ich den auch einfach als Rückgabe und Sortier weg benutzen und ich kann reingucken und schauen, ob irgendwas nicht wegsortiert ist. Hm. Da muss ich nochmal schwer drüber nachdenken. Gut, dieser Teil funktioniert und ich bin... Okay, was ich... Bevor ich es ganz aus den Augen verliere, was mir gerade einfiel, es gibt einen Enchantment-Router von da, Mine Factory Reloaded und den habe ich noch nie benutzt. Ich weiß überhaupt nicht, was der tut. Der wird wahrscheinlich zusammen mit den Mine Factory Reloaded, so heißt es, mit den Conveyor-Bells zusammenarbeiten. Hm, den müsste ich nochmal ausprobieren. Das mache ich aber nicht jetzt, weil es ist Bastelarbeit, die ein bisschen... die ein bisschen langweilig ist. Zum Zugucken. Sagen wir es doch einfach so, wie es ist. Gut, den Teil haben wir und jetzt überlege ich, wie mache ich das mit diesen ganzen Rüstungen und so weiter. Da habe ich hier so einen Aufbau, der an und für sich ganz gut funktioniert, der aber hier fürchterlich blöd aussieht und außerdem im Weg ist und außerdem hier verschwinden soll. Wenn ich hier aber Schwerter und Rüstungen und so weiter entzaubere, dann ist das eine Sache, die im Prinzip viel Handarbeit braucht. Nachdem ich jetzt meinen Buchteiler hier so ein bisschen in Fassade eingepackt und vor allen Dingen auch Buchteiler benannt habe, das Schild ist nach wie vor provisorisch. Ich weiß, das ist alles sehr hässlich. Das wird noch besser. Habe ich mir gedacht, Moment mal, das, was ich hier mit den Büchern mache, das kann ich eigentlich problemlos auch mit Rüstung und so weiter machen. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Das ist ja im Prinzip genau dasselbe. Ich habe also hier meinen Chest, in das ich das reinstecke und dann soll das hier raus. Da haben wir, da kommt über Grün kommen die Bücher. Das machen wir auch. Das machen wir Insert und das ist über Grün und das ergibt die Bücher. Und dann müssen wir hier natürlich noch, da hat er mir jetzt ein Buch reingepackt, da müssen wir jetzt natürlich noch sicherstellen, dass er da keine Bücher annimmt. Das heißt, hier kommt eine Blacklist. So, und da packen wir die verzauberten Bücher rein. Metadata und NBT brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier nicht das Problem, dass er uns hier die Bücher da reinsteckt, die wir da gar nicht drin haben wollen. Auch hier wollen wir Repeat haben. Da wird jedes Mal, wenn man ein Schwert oder ein Stück Rüstung oder egal was disenchartet und das hat eine Durability, das hat eine Haltbarkeit, dann nimmt das ein bisschen Schaden und das heißt, dass das dann hier irgendwann auch kaputt geht. Das kann also sein, dass wir hier was reinstecken und das verschwindet dann hier drin. Das ist für uns das kleinste Problem. Das größere Problem ist, was passiert, wenn hier was drin bleibt. Erstmal machen wir wie hier nebenan auch den Item Condry in Braun, der hier die da brauche ich mal ein paar davon Schwupp Ah, komm her, der, na, so, jetzt habe ich es zusammen, der hier in Braun die Bücher rausholt. So, wahrscheinlich ärgere ich mich irgendwann ganz gewaltig, dass ich, naja, die hätte ich auch anlassen können, dass ich hier überall die Advanced Item Filters benutze, die sind nämlich eigentlich relativ teuer zu machen. Wie viele habe ich denn von den normalen Item Filtern hier noch? Ja, nehmen wir doch mal ein paar Basic dazu, dann können wir uns ein bisschen was sparen. Packen wir hier doch zum Beispiel mal so einen Basic rein und dann sagen wir dem Extract, Whitelist, Bücher, Metadata ist egal, always active. Okay, das funktioniert dann auch so und da ist kein Filter drin und hier packen wir auch so einen Filter rein und sagen dem so, ein Buch und gut und da brauche ich nicht drauf klicken, das ist, da habe ich drauf geklickt, gut, gut, den Teil haben wir, das heißt, die Bücher, die da rauskommen, gehen automatisch in den und dann will ich natürlich die Bücher, die hier rauskommen, die verzauberten Bücher, die hier rauskommen, so, dich stellen wir mal auf In und Out und der Extraktmodus, den machen wir blau und dem geben wir auch so einen Filter und diesem Filter sagen wir, ich habe hier gerade kein verzaubertes Buch mehr, so, okay, konntet ihr mir bisher folgen, ich habe eigentlich nur hier, hier oben werden die leeren Bücher, das brauche ich überhaupt nicht, oder? Lasst uns vorsichtshalber drin, falls die leeren Bücher auftauchen, dann werden die hier nach oben abgesaugt und da reingesteckt, jetzt habe ich hier die verzauberten Bücher, die müssen ja hier irgendwie raus und die ziehe ich mir hier über den blauen Kanal und da sage ich auch, da ist der Filter schon drin, so, Whitelist, verzauberte Bücher, Ignore Metadata und hier, den setzen wir auch, das ist jetzt der am Chest auf In and Out und Insert ist blau, jetzt hat er mir wahrscheinlich hier einen Haufen Bücher reingesteckt, weil der zwischendurch einmal kurz braun war, so, das heißt, alles, was er hier an Büchern rauskriegt, die er disenchanted, die werden hier reingesteckt und von hier weiter bearbeitet, das heißt, jedes Buch hier, was eine einzelne Verzauberung hat, die haben alle einzelne Verzauberungen, die haben zwangsläufig alle einzelne Verzauberungen, weil der eine Verzauberung nach der anderen abarbeitet, gut, dass mir das jetzt schon auffällt, der hier geht mal nur noch auf Insert, das heißt, Moment, erstmal müssen wir gucken, hier, der Extrakt, nein, der Extrakt soll ja bleiben, ja, nein, der Extrakt soll hier raus, so, das heißt, der bleibt auf Insert und Insert ist, ja, Insert ist richtig, das ist Blacklist für verzauberte Bücher, die sollen nicht hier rein und hier können wir den blauen Insert auch ignorieren, da machen wir nur ein Extrakt und dem können wir eigentlich auch einen Basic Filter geben, so, ein Extrakt in grün, der ist sogar schon Whitelist, verzauberte Bücher, Ignore Metadata und so weiter und so fort, das ist alles gut und die verzauberten Bücher, die hier rauskommen, die ziehen wir einfach nach unten raus, so wie wir das auch auf der anderen Seite machen, ich kann mal eben diese Filter alle einmal zurücksetzen, wenn man so einen konfigurierten Filter ins Crafting legt und dann aus dem Crafting wieder raus holt da, dann werden die Einstellungen gelöscht und dann kann man ihn wieder stacken mit den anderen, so, eine Sache, die, fliegen, fliegen bitte, fliegen, danke, eine Sache, die der produziert, da oben, du gehst mal bitte auf disabled, ist, sind, verzauberte Bücher und die verzauberten Bücher sollen hier rauskommen und in den, der müsste eigentlich einen Filter haben, so, gucken wir mal, hat dieser Chest einen Filter, der hat einen Filter, der erlaubt nur verzauberte Bücher, hervorragend, das heißt, wenn wir hier, werde ich denn das Löchlein treffen, ganz suche, so, ja, werde ich, das heißt, hier können wir dann über grün die verzauberten Bücher rausholen und die gehen nach da, ich setze mal hier, so, fangen wir mal von der Seite an, hier kommt irgendwas zum Entzaubern rein, ein Stück Rüstung oder eine Waffe oder so und die soll dann hier reingebracht werden, der muss also auf Insert und da kann ich keinen cleveren Filter setzen, das heißt, da muss ich tatsächlich, auch wenn ich hier, na, mach mal da rein, da hab ich keinen Filter für nimm bitte nur verzauberte Sachen hier raus, ach, jetzt hab ich den einmal da reingelegt, jetzt hat er sich das gemerkt, obwohl ich nichts verändert hab, so, das geht also schon mal nicht anders, das, hm, 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 der müsste aber eigentlich, darauf lassen wir es ankommen, das werden wir gleich sehen, wenn wir das ausprobieren, der müsste eigentlich nicht verzauberte Sachen verweigern, das heißt, da könnten wir dann einfach damit, äh, ja, damit könnten wir dann einfach davon ausgehen, dass das so funktioniert, dass der hier nur verzauberte Sachen rausholt, das heißt, den stellen wir auf always active und der geht hier rein, um die entzaubernden, entzaubernden Sachen dann zurückzukriegen, dann nehmen wir dieselbe Leitung, die machen wir insert auf grün und extrakt auf braun und der kriegt einen Filter und in dem Filter ist eine Blacklist drin, die Metadata ignoriert und die sagt, keine verzauberten Bücher rausziehen, das machen wir nämlich nach unten und das sollte bedeuten, dass, äh, so, insert und extrakt, okay, dass ich hier auf in out gehe, so, und der insert wird braun, und dann kriege ich meine entzaubernden Sachen hierher zurück, was verzaubert ist, wird da reingesetzt und was entzaubert wird, kommt hier wieder, genau so will ich das haben und die verzaubernden Bücher, den muss ich hier unten noch einschalten, jetzt komme ich hier nicht mehr runter, weil ich eine Leitung davor gesetzt habe, so, fliegen, danke, die verzaubernden Bücher, die kommen hier unten raus, mach mal auf, der steht auf Extrakt und der soll natürlich nur, da mache ich vorsichtshalber, mal einen Filter rein, Metadata ignorieren, extrahieren, verzauberte Bücher, welche Sorte Verzauberung ist egal, always active und das müsste es eigentlich schon gewesen sein, da sollte jetzt und das können wir einmal schnell ausprobieren, ich habe hier bestimmt irgendwas, was wir eben mal schnell, naja, schnell für, Knockback 2, kein Mensch braucht Knockback 2, naja, jedenfalls normalerweise nicht, aber das nehmen wir uns hier mal mit, was bist du für ein Buch, du bist ein normales Wrecking Book und da haben wir hier, nämlich da laufen jetzt die, das ist alles Wrecking und Projectile Protection, das sind alles Bücher, für die ich noch keine Sortierregel da habe, die haben noch keinen Item Responder, auch ein Grund, warum ich die da sammle, nämlich um hinterher dann neue Sortierregeln da reinsetzen zu können. So, probieren wir es aus, was passiert mit so einem Ferus Block, der bleibt hier drin und, oh, die kannst du entzaubern, ha, das ist Tinkers, das kann man nicht verzaubern mit normalem, ist ja spannend, das ist ja, okay, das muss ich mal ausprobieren, da kann man nämlich zum Beispiel Haste und Luck, also Fortune und Haste hat glaube ich keinen, doch Haste haben wir jetzt auch als Verzauberung und Looting kann man daher ganz normal mit Lapslazuli und Redstone drauf machen, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, ganz billig Bücher herzustellen, das müssen wir, erinnert mich dran, wenn ich vergesse, das auszuprobieren, das müssen wir irgendwann mal machen, aber der hier, der wird nicht wegtransportiert und um zu testen, holen wir uns von hier ein anderes Schwert, um zu testen, ob nicht verzauberte Sachen hier wegsortiert werden, weggesaugt werden, legen wir erst mal so ein Schwert hier rein und das bleibt liegen, das hat nämlich kein valides Ziel und dann legen wir dieses Schwert hier rein, so und das landet hier und das dauert einen Moment, hier ist Wrecking und Thorns und sowas drin und hier nehmen wir jetzt einmal kurz den Item-Extraktor raus, dann geht es hier nämlich aus dem Chest nicht mehr weiter. Dieses Schwert soll gleich, wenn es hier fertig ist, zurück in der Kiste landen und das Buch, das Buch ist hier wieder drin. Wie ist das passiert? Extract Brown Ignore Metadata Blacklist, das kann er also nicht rausgeholt haben. Das Schwert ist hier wieder zurück und das interessiert ihn jetzt nicht mehr. Warum ist dieses Buch Knockback 2, warum ist das wieder hier drin gelandet? Wo ist die? Ja, und das tut es immer wieder, also haben wir hier irgendwo eine Schleife gebaut. Wo haben wir die Schleife gebaut? Das ist ein, der braune hier oben, der soll nur die Bücher, den brauchen wir hier eigentlich überhaupt nicht. Den können wir, genau, den brauchen wir nicht, hier tauchen nämlich keine Bücher auf. Wenn da Bücher auftauchen, haben wir irgendwo was verkehrt gemacht. und die verzauberten Bücher, die gehen, da können wir nochmal eben schnell den abschalten, der soll nämlich nicht zu dem verbinden. Die verzauberten Bücher gehen hier in diese Leitung und diese Leitung hat hier nur ein Extrakt und hier auch. Wie kommt dieses Buch, dieser braune ist Extrakt mit Blacklist? Hm. Hm. Das ist ja mal geliegen. Nehmen wir mal dieses Buch und probieren aus, was er mir sagt, wenn ich da mal rechts klicke. Item Enchanted into Diamond Chest. Ja, das sollte eigentlich funktionieren, dass er von hier das Enchanted Book rausholt und darüber bringt. Die hier haben keine Verbindung zu irgendwas anderem. Da kann eigentlich nichts passieren. Das geht in diese und das kann da nicht, das muss eigentlich darüber. Da nehmen wir nochmal einmal irgendwas, was wir verzaubert haben. Haben wir hier irgendwas mit nur einer Verzauberung drauf, damit wir das hier, XP Boost, damit wir das hier schnell sehen können. So. Den, wo ist er hin? Da. Den da rein. Dann wird das hier abgearbeitet. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. und dann sollte eigentlich, was haben wir hier drauf? XP Boost. Dann sollte in der Zwischenzeit nochmal eben diesen Filter löschen. So. Dieses Buch hier raus verschwinden und das eigentlich nur nach unten. und es landet hier drin. Warum landet das hier drin? Wo ist die Schleife? Ich schalte mal den hier aus. Obwohl der das eigentlich nicht... Ha. So. Never active. ist der hier auf In und Out gesetzt? Ist er nicht. Extrakt, Whitelist, Metadata ignorieren und Buch. Okay. Nächster Versuch. Da haben wir nochmal. XP Boost 3. Bis ich das hier richtig am Laufen habe, habe ich dann wahrscheinlich meine gesamten Vorräte an verzauberten Dingen aufgebraucht. Äh. Oh. Ja. 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 Insert. So. In und Out. Braun Extrakt ist deaktiviert. Das heißt, der Bogen müsste dann hier drin liegen bleiben. Spannung. Der Bogen bleibt hier drin liegen und das Buch bleibt hier auch drin liegen. Warum holst du das Buch hier nicht raus? Aha. Extrakt Always Active Whitelist Enchanted Book. Das Metadata Ignorier. NBT. Hahaha. Fehler gefunden. Fehler gefunden. Never Active. Hier muss ein Advanced Filter rein. Denn nur bei dem kann ich sagen, Metadata ignorieren, NBT-Data ignorieren. Der andere benutzt NBT-Data zwangsläufig. Da kann ich das nicht abstellen. Always Active. Und das Buch ist weg. Und jetzt funktioniert das genauso, so wie ich es haben wollte. Die Frage ist, warum zur Hölle ist dieses Buch hier wiedergekommen, obwohl es das eigentlich gar nicht hätte dürfen? So, du gehst mal bitte auf Always Active. So wollen wir das haben. Okay, ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt so funktioniert, wie das funktionieren sollte. Das heißt, wir nehmen uns jetzt noch mal etwas mit einer Verzauberung zum Testen. Was haben wir denn hier? Power 3. Dann habe ich nämlich auch ein paar Bücher zum Sortieren. So, Bogen mit Power 3. Während der da vor sich hin entzaubert wird, kann ich die hier mal wegpacken, um rauszufinden, ob ich die eventuell noch in einen Item Responder packen muss, um die zum Sortieren hinzuzufügen. Und Spannung, Spielspaß und Schokolade. Keine Schokolade, aber die anderen drei. Kommt das Buch wieder oder nicht? Es kommt nicht wieder. Die Maschine funktioniert wie geplant. Großartig. Ha! Eigentlich ganz einfach. Und die Bedienung ist noch einfacher. Es gibt einen Chest und da schmeißt man einfach rein, was man entzaubert haben möchte. Und wenn das genügend Durability hat, genügend Haltbarkeit hat, dann kommt es entzaubert wieder. Das ist doch mal praktisch, oder? Schön. Damit sind wir eigentlich wollte ich In-Design machen. Eigentlich wollte ich das hier in einen hübschen Raum zum verzauberte Bücher Schmökern umbauen und davon habe ich jetzt so überhaupt nichts gemacht. Dafür habe ich aber hier zwei feine automatische Entzauberungsmaschinen gebaut und ich glaube, das ist auch ganz interessant. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und bis bis zum nächsten mal.